ja bitte hallo schönen tag guten tag hier ist nina schiller von der finanzabteilung wie geht es ihnen ihre account manager senior account manager ja von welcher finanzabteilung also sie haben vorher mit meiner assistenten frau wolf gesprochen und sie haben auch einen e mail geschickt deshalb rufe ich sie sie möchten mit einem senior account manager sprechen auf dieser grund rufe ich ihnen mit der frau wolf hatte ich nicht gesprochen mit der hatte ich noch nicht gesprochen aber nur der e mail kontakt war da aber nicht gesprochen ja also sie haben eine e mail geschickt ja das ist richtig genau und sie möchten eigentlich auf gas und öl investieren oder wäre möglich ja ich wollte mich erst mal informieren über die ganze geschichte ok als erstes haben sie schon mal erfahren über online handeln und es wäre ihr erstes mal das ist mein erstes mal ok und wie gesagt habe sie können natürlich auf öl oder gas ihrer investition starten aber meine professionelle empfehlung an ihnen sie können das eigentlich auch erst starten mit was starten ich weiß dass nicht hat es ist für mich nicht interessant ja ok sie können das natürlich auch auf gas oder öl also starten und habe ich eine frage auch hier steht zwei konnten mit den richtigen also mit mit den gleichen handelnummern und erste ist paul rüdiger und zweitest ist ludger lußmann ja das ist das ist mein verheirateter bruder mit dem aber wohne ich zusammen wer sind sie sind sie paul rüdiger oder herr lußmann mit wem wollten sie denn jetzt sprechen wollte sie mit meinem bruder sprechen oder mit mir also hier steht nur eine handelnummer und für eine handelnummer für die gleiche handelnummer hier steht zwei das habe ich noch gerade erklärt das ist erstens keine handelnummer und zweitens wohne ich mit meinem verheirateten bruder zusammen deswegen die frage mit wem wollten sie denn jetzt sprechen also sie haben von paul rüdiger ganz einfach eine e mail geschickt ich möchte gerne mit paul rüdiger sprechen oder wenn sie auch eine information haben wenn sie die gleiche information haben also das ist nicht so wichtig ich kann auch mit ihnen weitermachen nein sie sprechen schon mit paul rüdiger das ist ja richtig ja ok super ok kein problem ja und wie gesagt habe herr rüdiger wenn sie ihre investition heute gestalten sie können auf ungefähr in fünf wochen ihre geld als also 22 prozent als profit bekommen weil hier steht ein großes profit und ich weiß das nicht mit welchem system wollen sie arbeiten zum beispiel automatischen system oder manuelles system ich denke dass sie haben keine erfahrung um ein also manuelles system zu arbeiten oder ja richtig ich habe noch keinerlei erfahrung ja auf dieser grund es wäre super wenn sie mit automatischen system handeln weil hier steht einen robot wir nennen das als algorithmus und diese algorithmus machen ja ja gut okay und noch mal eine frage mit mit was kann ich denn sonst noch handeln also normalerweise für einen mindestbetrag um einen mindestbetrag zu starten also unser mindestbetrag ist 500 euro aber wir geben eine angebot für unseren neuen investor und das ist nur 250 euro ja und sie können diese 250 euro entweder mit ihrer visa card oder mit mastercard einzahlen wie würden sie das machen ja erst mal wollte ich noch ein bisschen informationen darüber kriegen mit was ich handeln kann das hat sie ja noch nicht beantwortet ja also sie haben mir das gefragt und ich habe das schon beantwortet mit was ich handeln kann nicht beantwortet mit was sie an meine ok wenn sie meine meinung gefragt haben ich wollte ihnen dass sie so sagen ich habe nicht nach ihrer meinung gefragt ich habe mich mich gefragt mit was für produkten ich handeln kann also ich empfehle ihnen das nicht eigentlich auf öl oder gas ihre investition starten weil ich weiß das schon das ist nicht meine erste mal also wenn sie auf öl oder gas ihre investition gestartet haben sie werden nicht so gut also nicht so gut profitieren weil hier steht keine möglichkeit um ein gutes profit zu erzählen gas wird doch so was ist daran schlecht also ja also hier steht eine eine volumen hier steht ein großes volumen ok ein höheres volumen aber also die preise sind nicht so gut also sie werden nicht so gut profitieren ja deswegen habe ich ja gefragt was mit was ich sonst noch handeln kann und ich tesla will ich habe ihnen das ok amazon oder pfizer mit gold und silber oder platin zum beispiel also haben sie johann coin schon mal gehört chinesischen coin ne china möchte ich auch nicht oder sie können das auch ethereum starten das ist interessant ja das wäre vielleicht was ja und jetzt mit gold und silber aus oder platin also sie können das auch eigentlich grund machen aber platin oder silber empfehle ihnen das nicht schlagen das nicht vor ja gut aber ich muss doch selber entscheiden können ob sie das vorfragen ich wollte doch nur wissen mit was ich sonst handeln kann ich wollte doch nicht ihre meinung dazu wissen entscheiden will ich das selber also als ihre finanzmanagerin versuche an ihrer seite die beste unterstützung geben ja aber doch nicht dadurch dass sie mir etwas vorschreiben wollen nachdem sie ihre investition gestartet haben sie werden so warten um ein gutes profit zu erzielen wenn sie ein gutes profit nicht erzielen wollen oder erzielen haben sie werden mir das gefragt ich habe meine geld verloren und was haben sie getan bla 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 ich wollte das nicht ich sage ihnen die tatsache ja gut aber ich lasse mich ungern beschränken mit damit damit auch im hintergrund das nämlich bitte ausreden hintergrund können sie mich nicht ausreden lassen natürlich aber ich habe eine eine gerüche gehört im hintergrund ja gut das passiert nun mal wenn man mit mehreren leuten in einer wohnung lebt diese person sagt naja was das gefällt mir nicht bitte was ihnen gefällt was in meiner wohnung passiert das geht die doch einen scheißdreck an auf gut deutsch er sagt er sagt ja nein ich spreche jetzt mit ihnen nicht mit dieser person ja eben eben deswegen kann die person sohn ihnen ja egal sein okay machen sie weiter mit ihrer wort ich höre sie ja wie wie ich gesagt habe ich lasse mir ungern vorschreiben mit was ich zu handeln habe deswegen habe ich gefragt mit was ich noch handeln kann das haben sie ja noch nicht verantwortet habe ich habe ihnen das auch gesagt aber sie haben mir ihre meinung gesagt aber die interessiert mich reichlich wenig ich will nur wissen was ich bei ihrem augenblick darf ich ausreden ihre meinung interessiert mich wenig was mich interessiert ist was ich auf ihrer plattform handeln kann okay also meine meinung interessiert mich nicht also gilt ich weiß das schon ich habe das nicht von irgendwo gefunden ich kontrolliere die finanzmarke also jeden tag und jede stunde ich sage ihnen das für die finanzmarke er steht viele veränderungen jede stunde und ich kontrolliere das auf meine system auf dieser grund sage ich ihnen das an meine professionellen ansicht nicht meine also persönlichen entscheidung oder persönlichen empfehlung ok sie sind also professioneller finanzmakler ja ok welche ausbildung haben sie denn das interessiert sich nicht das natürlich interessiert mich dass sie nicht meine arbeitgeber oder so aber ich bin derjenige an dem sie geld verdienen wollen und wenn sie keine ausbildung haben dann werde ich mit sicherheit bei ihnen investieren also haben sie keine ausbildung doch ja und welche das interessiert sich nicht eigentlich doch das interessiert mich sonst würde ich ja nicht fragen denken sie daran wenn sie zur bank gegangen haben fragen sie das wie von welcher abteilung haben sie ihre uni absolviert oder so haben sie das an die bankleiter gefragt oder nicht das brauche ich in der bank nicht wenn ich in die bank reingehe dann werden die nur leute einstellen die eine ausbildung haben hier habe ich sie nur am telefon und deswegen kann ich wohl doch wohl nachfragen welche ausbildung sie haben also was für also wofür fragen sie das an meine seite weil ich soll aber investieren und sie sagen mir noch nicht an lassen sie mich doch aus sie sagen mir noch nicht mal welche ausbildung sie haben als finanzmakler was ist denn das für ein arm so seliges zeugnis also ich habe ihnen das nicht so gefragt denke dass sie sie sohn das nicht darf was ich verstehe ihre wort also also das interessiert sich nicht mich interessiert es also haben sie keine ausbildung weil sie sie nicht nennen ja ja ich habe keine ausbildung genau ok dann dann sind sie für mich schon mal als als unternehmen ausgefallen wenn da finanzmakler arbeiten die keine ausbildung haben dann brauche ich da nicht investieren so einfach eine ausrede die ausrede haben sie doch sagen sie mir einfach welche ausbildung sie haben und dann da können wir machen ich habe wirtschaft ich habe wirtschaftswissenschaften studiert also in wien in wien mit welchem abschluss habe ich ihnen das gefragten gesagt nein wir haben sie haben es studiert sie haben aber nicht gesagt mit welchem abschluss sie wirtschaftswissenschaften ja das ist ein studiengang ja und und wir haben sie abgeschlossen was man sie damit wenn ich mit einem also abteilung also weiter gemacht haben ich werde auch von dieser abteilung absolviert es geht nicht es geht nicht um die abteilung in ihrem betrieb sie haben gesagt sie haben in wien an welcher uni haben sie denn studiert in wien welche uni ja also wien wien hat ja nicht nur eine uni also das ist ja äußerst unseriös erst sagen sie mir nicht ob sie studiert haben dann sagen sie nur eine stadt und sagen können noch nicht mal sagen welche uni oder welche mit wie sie graduiert haben da soll man vertrauen haben wien universität wien universität wien ist das genug für sie ja nein das ist kein name das ist kein name einer uni eine uni hat immer einen anderen haben nicht wien wien universität das ist das haben sie sich sehr schlecht informiert offensichtlich haben sie weder studiert noch haben sie ahnung von dem was sie tun also sie sind meine lehrer ja sie sind meine lehrer sie sind einfach nur ein scammer was wollten sie sind einfach nur ein scammer ein dreckiger kleiner verschissener scammer genau ich habe das schon bemerkt und du bist nicht eine seriöse person nicht so seriös wie du was mein gott so ein armseliger betrüger nicht mal betrügen kann man richtig wenn man betrügen will sollte man sich vorbereiten meine herren wir sind eine ja 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 na 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 was bin ich denn salut ich habe eine frage kann ich eine frage stellen bitte. Hast du das vergessen oder was? Nein, ich möchte eine Frage stellen, eine Frage. Du, hast du Analverkehrerfahrung? Mademoiselle, Madame, ist eine ganz normale Frage. Du musst überlegen, weil du nichts verstehst, diese Deutsche. Madame, du musst etwas reden. Hast du Angst, Madame? Oh, Mademoiselle. Ja, du kannst doch reden mit mir. Ich habe alles speichert. Du hast alles speichert? Ja, sehr schön. Ja, sehr schön. Du kannst öfters spielen, was du gespeichert. Kannst du spielen, wenn du gehst, zu Bett. Wenn du schlafen gehst, du spielst, was du speichert. Damit du weißt, du bist eine kleine dreckige Betrügerin. Du kleine Schämmerin. Ja, du kleine Betrügerin. Deine Eltern wissen Bescheid, was du machst. Du bist eine intelligente Person. Ja, ja, ja. Ne, ich bin eine dumm. Ich bin eine dumm. Ja, du hast auch einen YouTube-Kanal. Ja, und ich werde dich ordentlich, ordentlich, richtig durchnehmen. Ja, und du bist eine kleine Schlampe, richtig? Ja, genau, genau. Ein gutaussehender Wichser. Ich bin eine gutaussehende Wichser, bitte. Wenn du Wichser sagst, dann immer gutaussehen, verstehst du? Weil du, du hast, du bist eine Gesichtsgrätsche. Du verstehst diese? Ich wünsche dir ein gutes Leben. Ja, du bist eine dumm. Du rufst mich noch mal an, du kleine Schlampe? Ja? Rufst du mich noch mal an? Ja, nee, dreckige Schlampe. Entschuldigung, dreckige Schlampe. Ich habe vergessen diese Worte. Ja, ja. Ja, du bist live gerade. 80.000 Zuschauer. Wißt du das? Ich kann's also have. Ich kann's speak englisch, motherjacker. Ich kann, ich kann's speak englisch. Du bist ein fucking scammer. Ja. Shame on you, bitch. Shame on you. Ja, ja. Ja, shame on you. Ja. Ja, ja. Do your parent know that you a scammer? Do your parent know that? Hm? Na, do your parent do not know that her Ihr daughter is a fucking scammer, disgusting bitch, you are a disgusting human being, you are a disgusting human being, shame on you, son of the bitch, you know, or son of a bitch, you have to say, you don't even speak english, mother yaka, you poor disgusting human being, first of all, you have to look at your pronunciation.